ARD Text im Auftrag von Funk Wo bist du? Da Wo sind meine Sachen? Komm her, die sind hier Hör auf, ich hab gar nichts, Alter, wo bist du? Ich bin hinter dir, du f-f-f-f-f-fotze Du Dreckiger Hohenzohne! Sorry, was war das? Das war ein Creeper Äh, wo sind denn du? Hier hinter dir Hier Hier Hast du da, wo sind meine Sachen? Irgendwo, keine Ahnung Oh mein Weißt du, irgendwo wie, ich hab dich doch von hier irgendwie abgeschossen, ne? Na komm mal mit, mal mit, mal mit, mal mit Ich hatte doch so viel dabei, Alter! Komm mal mit, Mohammed Ich hab dich die ganze Zeit vorgewandt, ich hab nur noch ein Herz! Mann! Mein armes Herz, äh Creeper Ich weiß Ich weiß Wo war denn das? Das war doch irgendwo hier Da hinten, ich seh sie! Komm mit! Ich glaub ich da Ich glaub auf jeden Fall, dass das sie sind Lass es liegen! Nein, das war Sand! Voll gemacht! Das war Sand! Ich verwechseln Ich liebe dich, weißt du das schon? Hilfe Na, wo sind denn deine Sachen? Ich weiß es gar nicht, hm Toll! Troll! Lololol Totoll Trollololol mein Gott oh ja mein Gott ja los weiter ich sammel sie ein wenn ich sie finde super jetzt finde ich sie nicht ja man dann suchst sie oh wie du bist du denn dann suchst sie ein du sagst gar nix mehr dann suchst sie doch Gagafleck was geh zu dem Creeper äh waren die nicht hier ich hab sie nicht echt oh du dreckiger Hurensohn ja spreng mich doch gleich weg über das hat mich jetzt höchst beleidigt ich kann gar nicht mehr rennen wenn ich so wenig Leben habe ich liebe dich oh man ich will meine Sachen nicht mehr wieder ich kann jetzt aber auch resetten wenn du Lust hast ja warte wenn wir sie finden aber nicht ich will such jetzt auch ein bisschen ok lass deine Aggression ruhig raus ich kann ja nicht mehr rennen gib mir mal was zu essen ich hab auch nix mehr tut mir leid ja 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 oh wie ist das denn bitte mal los ins aber bitte also hier ist die Spende von der ich werde ich jetzt fuhrt getötet wie ist das denn den scheiß Sörbe warte wie ist das denn ich bin auf der Tod nääh wie ist das denn der scheiß Sörbe du Hurensohn Prozent 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 die Werte ich hab sie gleich und ich weiß Prozent Prozent ich mach mal kurz auf laut sprecher Worte mit Spaß aber meine Nase läuft verboten ja ich bin echt so gestört alter bis morgen habe ich keine stimme mehr